Dakshinopadhanasana ist die Stellung mit dem rechten Bein als Kissen. Du legst dich auf den Rücken, du hebst das rechte Bein hoch, du bringst das rechte Bein hinter die Schulter und hinter den Kopf. Und danach kannst du entweder die Hände vom Brustkorb zusammengeben oder die Arme neben dir auf den Boden geben. Dakshinopadhanasana heißt rechts, Upadhana hat verschiedene Bedeutungen und insbesondere heißt es auch Kissen. Du nimmst also dein rechtes Bein als Kissen und so kannst du dich gut ausruhen. Die Stellung nennt sich auch Ekapadashirshasana und sie ist auch gerne genannt die yogische Sofa-Stellung.